Lange läuft. Bein raus. Ecken und ein Knie. So. Wir fangen bei der Hand. Nein, nein, was du möchtest? Was du möchtest? Ja, gerne. Drei und. Eins. Genau. Ich will bei der Hand. Also ich will zu der Hand. Ja, genau. Ich will bei der Hand. Okay, nochmal von vorne. Ich steig an die. Und? Und. Okay. Zwei. Ja, drei. Vier. Entschuldigung. Egal. Aber dann erkläre ich euch. Natürlich. Ja, du willst mich über den Weg, das wieder wissen. Ja, komm. Ich kann es nicht. 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 Und. Eins. Eins. Etwa zwei. Zwei. Sehr gut. Ja, zwei. Okay, das ist das erste ganze Stück, was wir in unserem kleinen Workshop zu Meiers Mordtags und Hörbaten loswerden. Ihr könnt das nachlesen im Buch, das ist die Nummer 15. Wir gehen jetzt das mal Stück für Stück durch. Wir gehen beide im Mordhau und jetzt sagt einer, okay, gefällt mir nicht, ich will jetzt ansetzen. Ihr könnt aus der Position raus in das sogenannte gekreuzte Ansetzen kommen. Also einfach von hier aus da rein wechseln. Und jetzt könnt ihr mit einem Gleitschritt nach vorne gehen. Und das Ziel ist, wenn man nach so prütteln, das Ziel dabei ist tatsächlich einfach, Sie können versuchen, unter die Achse zu kommen, aber der Elbwell, die Hand ist noch weiter vorne. Und wenn ihr dann angesetzt habt, ist es relativ schwierig für ihn, da noch Dinge zu tun. Okay, das macht Fabian jetzt bei mir. Also ich bedrohe ihn mit dem Mordhau und er wechselt und setzt ihn dort an und hat mich da gefangen. So, ich ziehe mich zurück und zwar mit einem ganzen Schritt. Ich pariere das und das ist aber für mich jetzt ungünstig, deswegen wechsle ich jetzt auf mein hinteren Wort. Ich habe ihn hier unter Kontrollen und kann mir erlauben, reinzutreten und zu seinem Kopf zu gehen. Okay. Ich meine, das ist schon so. Genau. Okay. So. Er mag natürlich nicht zum Kopf geschlagen werden, sondern red rum und jetzt kann er mich kontrollieren und zum Leimkumpel stecken. Wenn ich ihm das versetzen möchte, muss ich meinen Fuß versetzen. Das heißt, von hier aus muss ich den Fuß versetzen, er zieht sich zurück und macht einen langen Hau zu meinem vorgesetzten Fuß. Okay. So. Okay. And now, now the whole thing in English again. So. Oh, I hear my, my mobile phone ringing. Beautiful. Okay. And, yeah, you know we've done. So. Scheiße. I'm gonna come out. So. 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 This is, uh. This is the, uh. Play number 15, which you will find in P2-Polex section. And, um. We both begin in Mortau. But. Um. Once, um. Uh. Once we both stand like this. One of us decides to change into the, uh. Into the crossed, uh. Abnehmen. Okay. Cross ansetzen. So. Set on. Cross set on. In English. And he's making a half step forward. And aiming, aiming for my, uh. My lower arm. So. And what he's doing. And. Here we go. So. I can carry that. What's wrong? Sorry. So. I can carry that by stepping out. Parrying here. But this is not good for me. So, uh. This is why I will change to, uh. To control him with the rear point. Going to this side. Now. I have an opening which you can use to. Step him and go for his head. And. Uh. So. We're making another way better. If he wants to prevent this. He will. He will wind. He will wind around his, uh. His axe. Step back. And. Here he controls me. And can go for my head. If I want to prevent him stepping my face. I will have to move my leg outwards. To get a better position. So. He is now stepping back. And making a long. Long. Uh. Uh. To my, uh. Foremost. To my foremost leg. So. Let's play. Number 15. So. To my foremost leg. So. To my foremost leg. I am going to move my leg. Okay. Oben. Axte. Oben. Axte. So. And. One. One. Two. Two. Yeah. Two. Two. One. 3 4 5 5 6 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 4 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 6 5 5 4 5 5 5 7 7 7 7 8 8 10 11 11 11 12 11 8 12 12 14 15 15 15 16 16 18 When he wants to winden, I am much faster than him, just going down with my leg and now I have him at his wrist. And I can push him forward, opening up and going for his side. So we continue from here, but he can retreat with his left foot and catching with his rear hand and going for my head with his x-play. I don't like that, so I will try to parry him with the strong of my colex, which is between my hands. So I go up and now I go down again with my leg hooking behind his hand and putting his hand open. And from here and now he has his head control over his weapon so I can allow myself to get back again and go for his head. If he retreats and parries, I will just come around and what comes around goes around and here comes my colex. So, thank you Kamiya, it was a pleasure and thank you for watching. I hope you have fun with our workshop. And if you took part in our workshop somewhere in Vienna or at Dijon, leave a comment down there.